Die Welt! 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 Wo man immer noch diese Mini-Kämpfe hat... Hier... ...und dann... ...und dann... ...und dann haben wir das... ...Stückchen! Hälfte des Portraits... ...vom Herzog... ...ok... ...schön und gut! Jetzt hätte ich den auch ohne Probleme bekommen können... ...danke dafür! ...und somit wäre das Gebiet... ...des Herzogs abgeschlossen... ...und dann bleibt nur noch die Baroness übrig... ...Tick-Tack! Du hast nicht mehr viel Zeit... ...kleiner... Ich soelement, El gloss ...den Läge... ...und ich glaube... ... famous für diese News... ...und ich weiß nicht... ... aber wir bosses ja... ...zieht'² ...aber du dann Hast du dir nehmetermigst... ...dann co purgesmedien... ...odernymse... Ich verstehe nicht, warum er den Krieg beenden will, wenn er im Krieg sogar noch mehr Opfer haben kann. Er hat erzählt, dass er im Krieg der Herr nicht so relevant ist. Ja, das ist die Krieg! Und ich fühle mich nicht schützend. Es war mein Zeitpunkt der Prü-Wig, aber ich... Warte mal, wir sind alle in seiner Lauf, aber... Aber das bedeutet, dass der Vater uns alle zusammen lief? Oh... Ah, ich glaube, ich habe das gemacht. Selbst wenn das Schild war eine Verzweiflung. Hier, mach das wertvollste Ding. Wert der Glück für einen Kommander wie du. Und ich werde gar nicht erkennen, seine Absintheit. Und nicht niemand sagen, dass die Noblichkeit nicht so nett ist, wie die Kugel gefüllt ist. Mit einem Memento des Dukes in ihren Händen. Hm. So, Hügel der wilden Karten und Gebiet der Barones. Da komme ich noch nicht hin, das heißt, ich muss... So. Was auch immer hier oben ist, nein. Hm. Nochmal kann ich mich würfeln, das ist sehr, sehr schade. War ich hier hinten schon? Ja, Gebiet der Barones geht hier lang. Vorne ist blockiert, das heißt, ich muss hier wahrscheinlich irgendwas machen. Ah, hier war das Gefängnis. Wo ich den Teddy gefunden habe. Was ist denn das? Oh, das ist ein Frosch. Ich dachte gerade, was ist das für eine Zwerge? Was ist denn das? Oh, das ist ein Frosch. Hm. Hm. Hallo? Hä? Ach so. So. Das war jetzt nicht so dramatisch. Oh, in welchem? Beiseite hin weiter. Das bedeutet, die schauen wir uns mal an. So. Zehn Seiten gibt es insgesamt. Wir haben drei. Das ist schlecht, weil ich weiß, eine habe ich auf jeden Fall übersehen. Wahrscheinlich auch im Gebiet des Marktgrafen. Ach. Ach. A long time ago in Random, Dice were everywhere and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the Dice. And the king and queen of random were, well, decent to good. Life was wild. Life was free. Life was random. Hm. Life was random and random, okay. Hm. Hm. Life was insane and beautiful. Life was insane and beautiful. A glorious mess. Those who wielded dice would challenge each other in grand board game tournaments to win favor from the king or queen. Or even just each other. The rules were wild and capricious. The games even more so. And everyone in Random loved them. And the dice wielders themselves. With all their heart. So, kleine Märchenstunde gehabt. Aber... Jo. 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 Die Triplets? Nein! Sie kämpfen für Krieg, weil Krieg braucht Krieg, und Krieg braucht Krieg! So jeder Krieg, die Sie sich in war, ist eine neue Krieg für Krieg! Hab ich gesagt, war genug, dass das Wort war nicht mehr war bedeutet? War! Was ist denn weg? Was ist denn los? Alles klar! Die Baroness lebte auf der Wildcard-Hill. Ein Training für Krieg und ein Haus für Krieg! Sie sagten, es war kein Platz für Kinder. Aber dann wieder? Ich dachte sogar, welchen Teil der Freiheit war das? Oh nein, nicht die Lanzen! Ich hasse die... Ich hab nämlich einen Gegner gefunden, der schlimmer ist als die... Die Lanzen sind noch schlimmer als die Vögel! Ah! Lasst euch doch an den Roststellen treffen! Gehen wir nicht auf den Keks! Scheiß, Lanzen, Dude! Weil die immer über das Schlachtfeld scharwenzeln, kriege ich es nicht hin, diese Krack-Kristalle zu treffen. Ah, ja! Ist klar! Und jetzt... Oh, ne 3! Habe ich irgendwas Gutes? Äh... So... 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 Und Kristallfluch! Ich konnte alle Karten spielen! So... Ja... So... 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 Ah... Wo... So... 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 Ja, doch hoffen wir das Schlachtblatt zu scharben zählen, das gibt's doch nicht. 3. Alexi des Lebens. Schwert. Und alles oder nix. Sehr schön. Lust, die Hand des Schattenmanns. Ah, nö. Der hat ne Lunte. Am Arsch hat der ne Lunte. Stecht auf deinen Kumpel ab, ey. Der hat mich einfach geschlagen. Die Sau, die schlägt mich einfach. 2. Nehmt mal noch einen. Und hol mir den Hammer. Und mir ein Schutzblasenschild. So. Sehr schön. Wer werden jetzt Vögel kommen? Ach nö, das geht noch weiter dieses Gebiet. Sehr schön. So. Hallo? So. So. Ach, der kann doppelten Move machen. Knie dich hin. Auf die Knie. Eisdrecksspinnen, Alter. Denken auch, die könnten wir. So. So. Jetzt hab ich nix mehr. So. Jetzt hab ich nix mehr. Alles wird um eins reduziert. Zwei. Pfeil und Bogen. Schwert. So. 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 Ja, Mann. So. Ja, Mann. drauf geschissen ich brauche nur zwei kommen danke so der dicke ist weg ok vierer lanze der gestaltten vier starten manifestiert sich in form einer lanze drucker um zuzuschränken halt oh geil jetzt habe ich auch eine lanze so das waren kampf hier was interlopers find themselves dead long before this point und auch die 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 hier ho die 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 blind chance at ease child well then at ease even look at you you're not even old enough to be a recruit you're soft aren't you no i suppose you're not you're learning but you are a long way from home what can i do for you even ok siehst mir im mitabstand die 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 ich am ersten mag von den drei geschwistern suddenly i think i found him too late the murder weapon was still there but someone took it and stashed it inside the head of his own personal giant robot the robot long since destroyed the queen of all random had it dismantled after my father died Ich denke, sie hat den alten Mann gefeiert und dass seine Mörder kam als eine dunkle Schmerz zu ihrer Regeln. Ah, aber du hast das nicht von mir gehört. Sonst, denke ich, die Roboter haben lange gedreht. Dann erzähl mal was vom Krieg. Ein einfaches Ding, aber es braucht eine komplizierte Strategie. Einer oder zwei meiner Brüder haben unseren Körpergarten gekämpft und haben unseren Vater gekämpft. Ich lasse das nicht, Soldat. Also kämpfe ich. Und wenn ich gewinne, werden sie für ihre Transgretungen bezahlen. Nicht überrascht. Nishka ist verdammt schwer. Und wenn jemand da draußen überleben könnte, ist es sie. Sie hat mir gelernt, wie ein Krieg gewinnen. Sie hat mir gelernt, wie ich nie überrascht. Sie hat mir die wichtigste Gelegenheit. Nein, das wäre eine schreckliche Gelegenheit von Gelegenheit. Sie wäre nicht froh, mich dort zu sehen. Und auch ich würde. Ich habe uns beide zu viel dafür geschehen. Wie ist sie, außerhalb von... ...würdig? Ahem. 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 Ich bin zu viel zu bünen und gewinnen diese Krieg. Ahem. Wenn Du. Ahem. Auch. All you have to do is take it. This arm, it's only the most heavily guarded item in my entire freedom. I like your spunk even, so let me warn you, you will fail. You may even die. So do the smart thing and go back to whatever teapot shack you came from. Okay. Hold on. What's up? Even knew what she needed to do to get something that would jog Nishka's memory. Win the most protected treasure in the most militarized kingdom. She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, if indeed she could end it, would be worth it. So. I miss my darling waft so much. I don't, I don't know. We were in different areas when the civil war broke out and have been separated ever since. She's trapped with a count and I'm stuck here with a baroness. If I could just see her again, I'd tell her. I'd tell her I love her. And that the second this war's over, I'm coming back to her and nobody will ever separate us again. If only. Okay, das heißt im Gebiet des Grafen. Was will denn, was will denn sie denn hier noch? Can you defeat my robots to claim it? No? Well then, there's your answer even. Okay. Okay. Okay, I hope she's going to do it. Me? 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 Ich bin ein Manniak, ha 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 ha, unmöglich. Selbst wenn sie einen Sinn haben, um mich gegen mich zu tun. Ich hätte heute gewonnen, eigentlich. Wenn nur meine Maneuverungen nicht mit diesen Blasteten Kolossus... Sie sollten nur einmal ein paar Tage gehen. Es ist sehr irregulär, Recruite. Genau, eine kleine Mädchen kontrolliert die Bewegungen der Giants. Sag mir das andere. Wenn das wahr sei, wäre du das gefährlichste Ding auf dem Planeten. Und du wirst nicht wissen, welche Kraft du hast. Es könnte einfach nicht wahr sein. Wer gar nicht geht, ist der mit der königlichen Attitüde. Ach nö, warum muss ich hier nicht schon wieder kämpfen? So. Was sind denn das für Dinge? Achso, komm. Sehr schön. Nicht so schön, dieser Drecksvogel. Äh, drei. Das klingt doch super. Super. Alle Kosten um eine reduziert. So. Achso. Achso, ich habe einen feinen Bogen. Habe ich nicht mal mitbekommen, dass ich den ausgeführt habe. So. Ne zwei. Okay. Gebe ich mir nach dem Blasenschild. Mein Schwert, auch wenn es nichts bringt, alles doppelt oder nichts. Oh. So. Das ist geil. Gut. Leben bringt mir jetzt gar nichts. Bleib liegen. So. Bleib liegen. Ähm. Bleib liegen. So. Und so. Ah, ich habe meinen Schwert nicht mehr. 52. Ah. 50. Oh. 40. Scheiss! Ziemlich! Vögel! So! kosten reduzieren ein bisschen leben das zeilfluch weil ich gar nicht mal gebraucht so komm kristall, bilde dich so kristallfluch ist gut um die vögel zu bekämpfen du gehst mal auf den sack nach kacke im selexier und des schattenmanns dem hin, verdammt man war nicht auf den nerv ja so bitte eine 2 sehr schön so geht doch geht doch na ne, ok ok so hier oben ist die barone von da komme ich gerade gott, ich hasse schützengräben, die sehen alle nun gleich aus wo kommt der ganze nebel her ja gut, der steht mir im weg da habe ich ja gemacht da habe ich ja gemacht hier oben ist die barone die schütze die schütze die schütze die schütze und zeigt, wie man noch fieser wird. Sie ist taff von Nutkin. Danke für das. Es wird sicher meine Strategien erhöhen. Das ist richtig, und es hat... ...ein Bildung gemacht. Sie sind alle in den gleichen, chaotischen, schwebbelnden Räumen, die sie hatten, seit sie Kinder waren. Nanny war wunderschön, mich zu ordnen, nicht zu nehmen. Ich sehe das jetzt. Hier. Ich möchte Ihnen ein Token für meine Apprecieation mit meinen Danks. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.